Moin oder Willkommen zu diesem Video. Heute spielen wir mal wieder ein bisschen Quora's und ich bin gerade Platz 17 in DuneStatsAll. Ich bin schon seit fast zwei Wochen unter den Top 20 dank Gomme, weil eigentlich wäre ich da nicht, wenn Gomme nicht backen würde. Ich meine sie haben nach drei Monaten oder länger, keine Ahnung, geschafft endlich mal wieder die SetsAll in Kurs hinzubekommen. Jetzt sind sie da und jetzt packen sie komplett. Ich stecke von 37 auf Top 20 auf. Finde ich gut, also eigentlich juckt es mich nicht, weil ich will nicht mehr Kurs, auf jeden Fall nicht mehr viel, aber ja, ist ganz lustig. Kann man mal machen und ich nehme das Video zum zweiten Mal auf, weil, ja, ich habe das eigentlich vor zwei Wochen schon mal aufgenommen, also als es neu war, aber ja, hm, wenn man jeden Tag aufnimmt, habe ich, dann hat man irgendwann so viele Aufnahmen, dass man keine Lust mehr, die zu suchen. Deswegen nehme ich das gerade noch mal auf und mein Hals wird extrem weh. Ich hoffe, meine Stimme klingt halbwegs vernünftig grad und ich bin ein Stück Scheiße, Mann. Ja, ich bin auch krass als Praktikum im Kindergarten und in der Zeit sind da wirklich viele krank und ja, hm, ich hoffe nicht bald auch. Und ja, ich kommentiere es gerade nach, das heißt irgendwie, keine Ahnung, wie lange die Kurs noch dauert. Das wäre vielleicht kommt noch eine zweite. Auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.